Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Frank Kemper von der Redaktion Internet World Business in München. Wir haben einen leichten Rückkoppler hier. Internet World Business ist die führende deutsche Fachzeitschrift für Online-Marketing und E-Commerce. Deswegen hat man mich vermutlich auch gefragt, dass ich bitte den Laudator geben möchte für die Awards im Bereich E-Commerce. Und das möchte ich jetzt auch gern tun und deswegen bitte die Vorstellung. Kategorie E-Commerce Handel Audi AG Der Audi Personal Online Assistant vereint die Individualität eines persönlichen Verkäufers mit der Informationsdichte und Erreichbarkeit des Internets. Audi setzt damit weltweit Maßstäbe im Customer Service. Durch die intelligente Verbindung von Technologie und Mensch werden dabei Kernprozesse des stationären Vertriebs in das Internet verlängert. Die Umsetzung erfolgte auf Basis der innovativen Hard- und Software von W24.com mit dem kompromisslosen Qualitätsanspruch von Audi. Derksen MediaOpt GmbH Für den neuen ADAC Postbus hat die Derksen MediaOpt GmbH eine äußerst geradlinige, auf die vielfältigen Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmte Multi-Channel-Plattform geschaffen. Dabei verbinden sie das Geflecht von Online-Shops, Filialen, Call-Centern und Busfahrern zu einem stabilen Netz. Die kundenfreundliche Bedienbarkeit spiegelt die Attraktivität des ADAC Postbus wieder. Enormer Komfort beim Reisen, verbunden mit größtmöglicher Variabilität. Payleven Holding GmbH Payleven ist Europas technologisch führende Lösung für mobiles Bezahlen. Basierend auf dem Prinzip Plug & Pay können Unternehmen ihren Kunden EC- und Kreditkartenzahlung anbieten. Mobil, kostengünstig und sicher. Egal ob im kleinen Geschäft um die Ecke, an der Haustür oder auf der grünen Wiese. Mit Chip- und PIN-Lösungen kann endlich jeder Kartenzahlungen akzeptieren. Ganz einfach über ein Smartphone oder einen Tablet-PC. So, ja, auch ich weiß nicht, was in diesem Umschlag ist. Ich kann mich nur daran erinnern, ich war in der Jury und es war schwierig, weil es waren ziemlich viele gute Bewerber. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding hier aufkriegen. Gewinner in der Kategorie E-Commerce und Handel ist die Payleven Holding GmbH. Vielen Dank. Jetzt muss ich erst mal sagen, warum Payleven gewonnen hat. Payleven geht neue Wege und bietet eine einfache und kostengünstige Bezahllösung an. Diese erlaubt es auch kleineren Händlern, ihren Kunden die Flexibilität beim Bezahlen anzubieten, die sie sonst nur von großen Geschäften kennen. Mit modernen Technologien erschließt Payleven so einen bislang ignorierten Markt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank am Namen des gesamten Teams von Payleven. Wir freuen uns sehr und sind sehr geehrt, dass wir heute mit dem renommierten Eco-Internet Award ausgezeichnet wurden. Insbesondere für ein junges Unternehmen wie Payleven ist es eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und es ist eine Bestätigung dafür, dass innovative Produkte und Services wie mobile Kartenzahlung, die kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, ihr Business erfolgreicher zu machen, ein brandaktuelles Thema sind. Ich bedanke mich von Herzen im Namen des gesamten Teams bei der Jury und wünsche uns allen einen ganz tollen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.